Da ist eine Kiste, Anne. Ja, hörst du das? Rechts von dir. Rechts. Ja, links, da, links. Hinter dir ist es. Das, was du piepst. Piep, 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 piep. Ja, rechts. Hallo, hier ist immer wieder bei HNZ1 und dabei ist der Kommando. Hallo. Die M.D. Geist. Hallo. Der, die, das, Melody. Hey. Das war der Kommando, wo von Melody gearbeitet hat. Wo ist die Melody? Das war er selber. Ich wollte es. Es hat sich halt vorgegangen, die Kommando. Nee. Wie geil war das denn jetzt? Ich habe aber auch gedacht, dass... Das hat sich ankert. So, und jetzt haben wir noch die... Ich weiß nicht, es hat mehrere Namen. Einmal Babe87, einmal Jessica oder Cookie Killer. Hallo. Hi. Hi. Wir sind jetzt fest entschlossen, den ersten Blatt zu holen. Wir müssen einfach nur nicht mit Jessie fahren. Warte. Hör auf jetzt. Oder mit Emdeck Geist. Hä? Also ich habe mich sehr gut gefahren. Beides war scheiße. Am besten nicht mit den Frauen, ne? Ne, Melody? Evan. Ja, da war Melody. Ich kenne noch keinen, der sein Sprit in diesem Spiel verballert hat. Doch, ich bin ein. Ja. Ja. Der Kommando. Ist auf einen, ja. Der hat seinen Sprit festbraucht. Wie war das? Ja. Das ist ja nicht realistisch. Im Infight, ja. Da war er alle. Direkt vorm Feind. Also, immer nur im Kreis gefahren, oder was? So viel Speed benutzt. Ja, die ganze Zeit eigentlich. So fünf Minuten lang, meine Sandy-Tour irgendwann leer. Scheiße, ich lande auf dem Dach. Ne, ne. Okay. Ich auch. Nein. Doch, nicht so schlimm. Da ist eine Treppe. Ich bin genau vom Haus gelandet, wo ich nicht rein kann. Hier ist aber eine Kiste. Wieso komme ich eine Treppe runter, wenn ich nicht zur Natur komme? Wie unlogisch. Was ich aber hoffe, ist, dass das Survival-Spiel auch von H1Z1 noch rauskommt. Das wäre richtig cool. Das gibt es ja zum Kaufen, aber man kann es anscheinend auch nicht spielen. Hier ist irgendwo die Kiste. Das macht Sinn. Ne, also das, was man kaufen kann, sind irgendwie Skins und solche Sachen. Gegner, scheiße. Oh, oh. Aber soll da noch was kommen? Eigentlich schon. Nein, da drin läuft ein Gegner rum. Ihr braucht eine Waffe. Hier bei uns drin im Gebäude. Ich habe keine Waffe. Hörst du die Kiste? Ja, die wird bestimmt oben sein. Komm mal mit. Ne, jetzt höre ich sie nicht mehr. Werde ich beschossen? Das haben bestimmt die jetzt aufgemacht. Scheiße. Doch, hier oben höre ich noch. Bei mir ist eine Weste. Wer ist denn da nicht da rein, Kevin? Die Kiste ist hier draußen. Ja, super. Ich habe jetzt eine Pistole und Helm. Also ich bin komplett ausgerüstet. Das geht's los. Was rennst du hier so rum? Ja, ich suche was. An der gleichen Stelle? Ist denn heute schon Ostern? Oh. Ja. Ich habe... Oh Gott. Was war das? Ich bin tot. Scheiße, kommen die hier hoch oder was? Die kommt hoch und Pistole gegen Pasta und bringt nichts. Kommt runter, kommt runter. Ich habe deren Auto. Oh Mann, ey. Also wir haben mitgekriegt, wie Melody auch gestorben ist. Jetzt gucken wir mal nach M, der Geist. Die muss doch hier auch irgendwo rumgeistern. Wo bist denn du? Polizeiwagen und weg ist sie. Ich mache mein eigenes Ding. Du wirst aber sterben, weil du nicht im Kreis drin bist. Ja, ich versuche ja irgendwie gerade rein zu kommen. Dann siehst du nicht, wie es war ein Zaun. Fahr durch den Zaun. So, dann gucken wir mal nochmal nach Commando. Kommando. Kommando. Ey, ich komme nicht an einem... Willst du mich verarschen? Irgendwie habe ich... Irgendwie ist es ein Déjà-vu. Wieder Commando und Jessie in einem Auto. Ja, immer. Ich fahre. Ja, okay. An diesem Fall fährt Commando. Das ist auch nicht besser. Ja, nee, der fährt auch nicht besser. Ähm, die Geist hast du eigentlich schon Waffen, Rüstung, irgendwas? Ich habe gar nichts. Ich habe nur einen Helm. Ich habe keinen Helm. Aber hast du eine Waffe? Ich habe eine Waffe. Ich habe einen Rucksack. Ich habe alles. Siehst du rechts? Da sind doch Häuser, ne? Da kannst du auch reingehen und nach dem Helm gucken. Ich habe eine Kiste. Nein, ich hau ab. Vor dir sind frische Autos. Jetzt gucken wir mal wieder zu Commando. Ja, die fahren ja zusammen. Nee, der ist jetzt allein drin. Wo ist Babe? Ich bin ausgestiegen. Oh, meine Fresse! Komm, du bist nicht zu mir. Warum? Du bist tot. Oh. Tschüss! Kannst du aufhören, an mir vorbeizubrettern? Ich habe mich gefordert. Links von dir ist Jessie. Die könntest du ja abholen. Ja, war weg. Nee, Anne ist schon weg. Sie will dich nicht abholen. Sie hat Gegner gesehen. Sie bleibt nie wieder stehen. Bei mir ist hier eine Wäsche noch drin. Wo ich fährst du? Ich weiß es nicht. Ich war gerade mit dem Gebäude vorbeizukommen. Die Helm. Ja, das wird sie nicht mitkriegen, die MD Geist. Ich bin auch wieder dahin, wo ich nicht fährden wollte. Oh, oh, jetzt kommen wir mal nach dem Gebäude. Ich komme hier nicht mehr raus. Wo kickst du die Tabby da runter? Scheiße. Oh, da hinten links von dir ist sie. Also kommt sie an. Da, wo du hinfährst, das ist sie. Also Kommando hat sich hier einen schönen Parkplatz gesucht. Und da wartet er jetzt auf was? Oh, hinter dir. Fahr, fahr. Er hat es gefunden, sag mal so. Du brennst. Äh, Auto dreht. Das Auto folgt dir. Das war heftig. Ey, wenn ich die Falle schieße, das ist... Ich habe keine Menne, Kids. Scheiße. Wenn ich die Falle schieße, das ist wie wenn ich jetzt mit Butterbeutchen auf den Auto werfe und du explodierst gleich. So, jetzt muss er sich heilen. Da gucken wir mal nach Anne. Das ist so geil. Der MD Geist lädt es immer. Und wo ist sie denn jetzt hin? Anne, hol mich ab. Ich vergaß gleich. Da ist eine Kiste, Anne. Ja, hörst du das? Rechts von dir. Rechts. Rechts. Ich habe gerade ein Problem. Ja, links. Da? Links. Hinter dir ist sie. Das, was du piepst. Piep, 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 piep. Hinter dir. Die Kiste. Ja, rechts. 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 Ja, wo ist sie denn? Es war hart. Du kannst jetzt das andere unternehmen. Das ist nämlich noch gut. Das geht nicht. Scheiße. Nee, der ist noch. Muss doch um weit stehen. Oh nee, nee, nee. Ach nee, ist ein Squad. Ein Squad? Ein Squad. Ein Squad. So, dann würde ich mal sagen, MD Geist, hol Babe ab. Wo ist ein Babe? Ja, guck mal, der ist auch noch... Die ist schon so weit weggefahren. Die sieht ja niemand mehr auf der Karte. Nee, ich sehe wirklich... Du bist nur da am Rand. Du seid tot, fast. Das ist mir egal, ich muss weg. Du weißt schon, Lara, ist der Kreis so klein und es sind dann fünf Leute von jedem Gegner gegen dich. Nein. Doch. Nein. Das ist nicht realistisch. Babe schafft es. Sie ist jetzt auch so ein Kreis. Du kannst sie abholen. Warum muss ich denn sie abholen? Weil ich schon da ist es sonst. Watz. Oh, ich höre was, Anne, bei dir. Pass auf, da kommen welche. Wo hinter dir das Kommando? Fahr schnell weg. Schnell. Wer schießt jetzt auf dich? Keine Autos, so eine Scheiße. Der Dicke ist tot. Nein. Okay, wo ist Babe? Boah, wo seid ihr denn? Am Arsch der Welt, oder was? Also ich bin im Sicherheitskreis, ich bleib hier drin. Ja, die müssten ja auch schon im Sicherheitskreis sein. Nein. Ah! Oh, ich sehe es kaum an, er gewinnt es für uns. Ich packe es nicht. Nein. Es sind noch 62 Leute aktiv und 22 Teams. Das ist eiserst. Total. Viel. Ach, solange sie im Auto bleibt und nachher nur noch zwei Gegner da sind. Jessi holt das Auto. Ja, ich bin doch auf dem Weg. Noch schneller. Oh, oh, jetzt riecht jemand auf mich. So, jetzt kommen wir schnell nach Babe. Ich möchte ja sehen, wie sie stirbt. Ich habe nur eine Pistole. Oh, 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 oh. Ich habe jedes Mal überfahren. Sogar letztens meine Teamkameraden, die haben mich auch überfahren. Ich habe die auch schon überfahren. Ja. Ist kein Auto. Das ist komisch. Noch weiter runter, weiter runter. Da müssen wir ein Kart. Ich bin so gut wie tot. Hast du kein Medikipp mehr? Nein. Wir brauchen 23 Leben. Los, fahr! Wenn jetzt kein Baum kommt. Nicht umkippen. So, jetzt gucken wir mal nach Mdgeist. Die sieht noch so voll aus. Die sieht sogar eine gute Rüstung jetzt an. Die Rüstung ist voll, ja. Da geht es schon ab. Irgendwie lädt es immer mit. Ist mir egal. Macht, was ihr wollt. Ja. Macht, was ihr wollt. Ich brauche erstmal hier Medikits. Medikipp. Medikipp. Gucken wir mal bei euch. Nein. Okay. Da war einer. Hab den gesehen. Der hat dich auch gesehen. Sowieso ausgesehen. Irgendwie macht uns wieder auch Angst. Das war der Tod eines Endegeists. Jetzt muss man die Karte bei dir gucken. Oh Mann, selbst dieses Spiel bringt mich zu beschreien. Das geht gar nicht. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall Medi für Kommando. Oh Mann, der braucht jetzt ein bisschen Medi. Kommandere, du brauchst Medi. Das ist nix Medi. Kein Helm. Nix Medi. Doch, da. Da ist was. Oh, oh, da sind welche. Oh nein. Genau, guck aus dem... Nein, bleibt in der Bar drin. Oder fahr weg. Hau ab. Vor dir ist auch gleich ein, äh, hier in der Kiste. Nee, die ist weg. Aber hinter dir ist noch eine Kiste. Oh, oh. Das sah irgendwie vorher viel näher aus. Ach, der ist schon einer ran, der ist schon einer ran. Hast du jetzt noch Medi? Nee, ne? Nein. Aber ist nicht so schlimm. Es sind nur noch 14 Teams. Ui, ist noch Medi. Das ist noch nicht geloodet. Oh, das ist gut. Eigentlich könnte es sich da drin vercampen, in dem kleinen Kaput. Ja, aber nicht lang, ich glaube, es ist ein Kreis. Die Polizei kommt. Ja, da kann doch schön warten, bis es sich alle töten. Am besten hinlegen, dass sich keiner sieht. Und dann warten, bis einer durch die Tür reinkommt und den Kopf wegschießen. Auf jeden Fall sind es immer noch 13 Teams, aber 35 Leute nur noch. Nur noch. Es ist noch einiges. Ja, komm, 35 Leute. Mir wartet doch alles so krank. Jetzt kommt einer. Jetzt kommt einer. Da ist rein, da sind zwei Stück auf einmal gestorben. Das ist nicht schlecht. Das ist immer so lustig, wenn du den anderen in Zukunft studierst, die ich gerade voll beküben. Oder mit der Armbrust immer hin und her schießen. Jetzt musst du hoffen, dass die Zone bei dir bleibt. Ja, die Zone geht mehr in die Mitte. Sieht bis jetzt aber... Warten wir mal. Also die geht in die Mitte, die Zone. So, ich habe aber wieder ein Leben. Oh ja. Du hast doch Zeit. Hast du doch ein Fahrzeug? Nee. Ja, das steht da vorne. Falls es das nicht war gerade. Es hat sich nach Squad angehört. Nein, das steht da. Vorne. Du musst einfach leise sein wie Ninja. Ninja. Okay, jetzt. Wie viel Zeit ist noch bis zu der Zone? Ja, das ist zu viel. 38 Sekunden. Nur noch 25 Leute. Das können wir uns nicht schaffen. Hier, noch 11 Teams und 25 Leute. Also unser Team ist noch aktiv. Ja. Ja, da kommt, da ist... Ja, da kommt, da ist... Nimm dir. Oh nein, da ist sie. Ja, Mann. Vielleicht hat er was drin. Aber wie er reingeschlichen ist. Äh. Oh, was hat der denn... Weihnachten! Geil. Da kam gerade der Richtige durch die Tür. Guter Helm, gute Waffen. Guter Helm, gute Waffen. Sniper. Warte. Warte. Vielleicht kommt noch mal einer rein. Medikit. Jetzt kommt gleich der Nähe. Vielleicht kommen alle 21 Stück da rein. Du musst versuchen, den Wohnwagen mit in die Mitte zu bekommen. Ich bin bereit. Okay, jetzt kommt eh die Zone. Genau, du musst los. Du musst uns kurz heilen. Heil dich erst. Jetzt häng den Wohnwagen ran. Fahr mit in die Mitte und geh wieder rein. Oh, da fährt einer hoch. Aber du hast ein dickes MG, das ist gut. Kannst von dir fährt auch noch einer? Oh, oh. Oh, oh. Nein, 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 nein. Nein. Warum ist das denn dein Auto? Warum ist das nicht eingestiegen ins Auto? Ich habe das Auto eingestiegen und weggefahren. Jessie, hörst du das? Du vergast das Auto. Nein, was mache ich denn? Du hast vergessen, Jessica ist Auto-Ninja. Sie glaubt ihr das Auto? Ich habe das Auto-Ninja. Ja, kein Trauer. Eracter traditional. Es ist Auto-Ninja. Ja, nichts� rumors. B Fenster nicht 엄청 Combat. �häś, D mort. Das Auto-Ninja. Da rusten nicht mehr. Geigande. encaje.